Es gibt doch diese voll digitalisierten Verkaufsstores, Amazon Go, da gehe ich ja nur noch rein, identifiziere mich am Eingang mit meinem Wallet, wer bin ich und in dem Moment, wo ich ins Regal greife und das in meinen Warenkorb tue oder in meinen Einkaufswagen, landet das ja quasi in meinem Amazon Basket. Und das ist natürlich die Vollendung dieser Journey, weil genau dazu bräuchte ich dann ja eigentlich nur noch das Wallet, weil das ist mein zentraler Kommunikationspunkt mit meinem Endkunden. Herzlich Willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren, nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute freue ich mich sehr, bei uns begrüßen zu dürfen Björn Wessel und vielleicht für die Zuhörer, die schon mehrere Folgen gehört haben, Martin Sprengseis. Wenn ihr euch, Björn, wenn du dich kurz einmal vorstellst, bitte, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Martin vielleicht du danach noch einmal kurz für die, die vielleicht diese Podcast-Folge damals nicht gehört haben. Ja, mache ich gerne, Roland. Vielen Dank erstmal für die Einladung, die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und mit euch in den Austausch zu gehen. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Ja, ich bin mittlerweile seit fast 15 Jahren in der Payment-Industrie tätig, in unterschiedlichen Rollen. Habe so ein bisschen angefangen, vielleicht rein von den Stationen im Lebenslauf her, die jetzt so Payment-Relevanz haben. Habe angefangen bei der Payback bzw. der Loyalty-Partner-Solutions, wo ich dann über die Schweizer Bahn in das ganze Thema Mobile Payment reingerutscht. Habe dann längere Zeit in der Schweiz gearbeitet, dort als COO für die Twin-AG gearbeitet. Das kennt vielleicht der ein oder andere Mobile Payment Scheme in der Schweiz. Danach bin ich dann zur legendären Wirecard gegangen, habe bei der Wirecard das ganze Thema stationäres Geschäft hauptverantwortlich auf Produktebene verantwortet. Habe versucht, so ein bisschen die ganzen Projekte, die es damals bei Wirecard gab, in ein Produkt zusammenzuführen. Das Ende, glaube ich, vom Wirecard ist jedem irgendwie noch halbwegs geläufig, oder Roland? Absolut, ja. Sorry, konnte ich mir nicht verknaschen. Und habe danach die Chance bekommen, eine eigene Firma zu gründen. Die Transactive GmbH, die gibt es heute auch noch. Habe da zum Anfang operativ mitgearbeitet. Die entwickelt Payment-Gateway-Lösungen für größere Marktteilnehmer, vor allen Dingen auf Retail-Seite. Und bin eigentlich auch dann relativ zeitnah nach meinem Ausstieg bei der Transakte vom Operativen her als freier Berater unterwegs. Bin in unterschiedlichen Mandaten unterwegs. Mein wesentliches Mandat momentan, ich bin Interimsmanager bei der Samsung Pay in Deutschland, wo ich mich so ein bisschen um die Neuausrichtung von Samsung Pay kümmere. Danke. Martin, vielleicht, dass du dich nochmal kurz vorstellst, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht den letzten, einen der Podcast vorher nicht gehört haben. Freut mich sehr, Roland. Danke. Mein Name ist Martin Sprengseis. Ich bin heute in meiner Rolle hier als Initiator von P19. Mein Background ist, ich konnte in den anderen Firmen zum Beispiel Payment-Wallets mitbegleiten, wie eine Vodafone-Wallet in fünf, sechs Ländern. Ich bin sehr stark fokussiert immer auf die Mehrwert-Services. Björn deckt ja sehr stark den Zahlungsverkehr selbst ab, das Payment. Meine Welt bewegt sich meistens da hier dann rundherum. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, super. Ja, dann wollen wir vielleicht gleich einmal in Medias Race gehen. Björn, wir haben ja heute bei unserem Payment-Lunch, den wir heute dementsprechend im Motto am Fluss gehabt haben, ja schon sehr viel von dir gehört. Ja, das würde ich gerne, das den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne näher bringen, deine Ansichten über das Payment. Und in dem Zusammenhang wäre für mich als erstes einmal wichtig, die Entwicklung von Mobile Payments rückwirkend betrachtet. Vielleicht aus der technischen Sicht, aber auch aus der Zeit betreffend Marktanteile und wie sich die verändert haben. Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn man das ganze Thema so ein bisschen verfolgt. Wo kommen wir her? Da kann man ganz gut beim Martin anknüpfen, ja. Wir haben irgendwann mal bei den Telcos angefangen, die das ganze Thema für sich entdeckt haben, die natürlich in der Form keine wirkliche Markt-Traction erreicht haben. Dann haben wir natürlich so 2015, ging es zumindest im amerikanischen Markt los, mit den Kollegen von Apple und Google, die dann ihre Lösungen gelauncht haben. Und wenn man sich das natürlich jetzt heute anschaut, dann sieht man einfach, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter. Jeder kommt aus einer unterschiedlichen Richtung und auch, wie ich es heute Nachmittag schon so ein bisschen ausgeführt habe, es gibt auch mittlerweile sehr, sehr viele Industrien, die sich in diesen Bereich hinein bewegen, weil sie natürlich unterschiedliche Interessen verfolgen. Und das finde ich gerade ist eine relativ spannende Entwicklung. Wenn du mich jetzt rein nach der Marktentwicklung und den Marktanteilen fragst, das ist natürlich momentan recht schwierig einzuordnen, weil in den unterschiedlichen Mandaten, wo ich unterwegs bin, werde ich häufiger danach gefragt und ich muss dann auch schon mal so ein bisschen lachen, weil auf der einen Seite, man hat so ein bisschen den Benchmark, was passiert im Card-Business von Visa und Master, das sehe ich relativ gut, das kann ich auch klar bestimmen. Aber wenn du dann schon ein Beispiel versuchst herauszufinden, was hat Google, was hat Apple, was haben die an Transaktionen, das ist unheimlich schwer, das auf ein Land runterzubrechen. Und dann findest du immer diese repräsentativen Umfragen, ja, wir haben tausend Leute gefragt und dann hast du irgendwas über 40 Prozent liegt dann bei Apple, weil einfach die, ich sage mal, die affinste Gruppe ist. Deswegen ist es eigentlich auch immer relativ naheliegend. Dann kommt am Ende Google und dann hast du so in Deutschland halt noch so Ausreißer wie Payback, die dann mittlerweile auch über 20, 30 Prozent dann sogar Zustimmung haben, wo dann die Leute sagen, ja, kenne ich, habe ich genutzt. Aber das ist so das Maximum der Gefühle, was du so wirklich an Market Shares in meiner Welt momentan rauskriegst. Also wenn du da bessere Daten hast, würde ich mich freuen. Ich meine, also Daten habe ich heute keine mit, aber für mich wäre auch ganz spannend von dir zu hören, gibt es einen Unterschied deiner Meinung nach zwischen Deutschland und Österreich, was dieses Thema betrifft, das Beispiel? Rein, was die Wallet-Nutzung angeht, ist es für mich ein bisschen schwer zu beurteilen. Da müsst ihr mir so ein bisschen helfen, weil ich meine, wenn man sich das aus der deutschen Sicht anguckt, da ist der Markt relativ klar gegliedert. Ja, da gibt es die Apple Pay, da gibt es Google Pay. Ja, ich glaube, das ist unbestritten die beiden, die den Markt gerade machen. Ja, wir haben dann halt solche Lösungen wie Payback in Deutschland, ja, die natürlich aufgrund der Bekanntheit ihres Programms, ja, jetzt nicht aus der Payment-Ecke kommen, sondern natürlich aus der Loyalty-Ecke auch einen relevanten Market-Share sich sicherlich momentan sichern können, sind aber natürlich auch ganz klar limitiert, weil sie in ihrem eigenen Ökosystem bleiben, ja. Das heißt, gewisse Händler sind einfach außen vor. Wenn ich jetzt den Blick rüber zu euch nach Österreich mache, ja, und mir dann zum Beispiel zumindest mal eine Ebene tiefer, weil das ist ja jetzt keine Wallet-Solution, wenn ich mir bei euch die Bluecode angucke, ja, das ist ja reiner Infrastrukturanbieter in meiner Welt, ja, weil die haben ja nicht den Anspruch, selber als Brand, als Endkunden-Brand wahrgenommen zu werden, deswegen würde ich sie da nicht ganz einordnen, ja, aber sie liegen ja hinter den diversen Anwendungen der Banken, sie liegen hinter der Biller-Lösung und so weiter und so fort, ja. Und was da natürlich faszinierend ist, dass die eine solch hohe Abdeckung natürlich auf Issuer-Seite mittlerweile auch erreicht haben, wo ich das natürlich jetzt, wenn ich das nach Deutschland transportiere, wo ich gesehen habe, wie zaghaft das war, dass die Banken selbst auf Apple und auf Google aufgesprungen sind, ja. Ich glaube, von daher gibt es definitiv eine Unterscheidung in den Märkten. Ich glaube, von der Endkunden-Wahrnehmung, da müsste mir ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, ob Google, Apple, Bluecode, ob das ein gleicher Wettbewerb ist oder Bluecode da deutlich drüber steht. Ja, Martin, ich denke, da bist ja du unser Experte jetzt in der Runde. Wie würdest du das betrachten als da Österreich-Brille heraus? Wenn man die Menschen fragt, also jetzt die Endkundendaten, die wir haben oder die wir uns oder die ich mir auch angesehen habe, dann haben sehr viele Leute, wenn sie eine Affinität haben, mehrere Produkte am Mobiltelefon. Das ist mir aufgefallen. Also sie haben sehr oft dann eben eine zweite Bank, Neobank. Sie haben dann die Core-Banking-App jetzt von ihrer, ich nenne es jetzt mal Hausbank. Und dann meistens noch als dritte Lösung eben die OEM-Lösung, also sowas wie Samsung Pay oder eben Huawei Pay oder gibt es jetzt, glaube ich, derzeit nicht LG Pay oder eben Apple Pay etc. Und da merkt man schon, die Frage ist eben das Nutzungsverhalten und das können wir aus unserer Sicht nicht herauslesen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Device-Provider wie jetzt eine Huawei oder LG, Samsung, Panasonic das herauslesen kann oder Apple. Und da drinnen würde aber die Antwort auf die Frage liegen. Ja, natürlich. Aber vielleicht Roland, um auf deine Frage, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist, gab, ich glaube Ende des Sommers, eine Pressemitteilung, die sehr gefeiert wurde. Nämlich da hat Apple Pay das erste Mal Zahlen announced, die vom Transaction-Volume über den von Mastercard lagen. Ja. Ja, und das war spektakulär, wo man dann gesagt hat, schau, Apple Pay läuft Mastercard den Rang an. Wo ich sage, okay, ja, Leute, ein bisschen nachdenken, ja, das ist einfach grundsätzlich unmöglich, weil die basieren auf ihren Rails, ja, und die laufen noch ein bisschen auf Visa, ja, die werden schwer den Rang ablaufen. Aber damit man mal so ein Gefühl bekommt, was die natürlich weltweit an Volumen stemmen, das ist natürlich nichtsdestotrotz ein Riesenhaus nochmal, ja. Jetzt stellt sich für mich natürlich gleich die Frage, wir haben ja immer wiederkehrend das Thema, zum Beispiel in Österreich, dass wir eine sehr hohe Kreditkartenpenetration oder grundsätzliche Kartenpenetration haben, ja. Gerade in Deutschland hat man wiederkehrend, also ich kenne es nur von früher, ca. 30% Kreditkarten, also Kartenpenetration am Markt, die man gesagt hat, ist das, glaubst du, auch entscheidend für Deutschland, da mit Apple Pay und Google Pay, was im Wallet hinterlegt wird, wenn dann andere Zahlungsmittel hinterlegt zum Beispiel? Das ist eine absolut valide Betrachtung, die du da anstellst. Die war bis vor kurzem auch vollkommen richtig, weil da sind wir natürlich in Deutschland, ich sage mal im europäischen Vergleich, relativ weit hinten, ja, hohe Cash-Affinität und überhaupt keine Affinität zu Kreditkarten. Das hat sich durch die Neobanken ein bisschen gewechselt, das würde ich aber nicht als wesentlichen Punkt sehen. Der Punkt, der für mich eigentlich noch viel wesentlicher ist, ist, dass wir momentan dieses Top-of-Wallet-Thema in Deutschland haben, ja, weil die Girocard als unser National-Local-Debit-Scheme, der verliert ja gerade so ein bisschen an Popularität oder wird nicht mehr so stark gesponsort, ja, von der DK selber in Deutschland, so dass es natürlich Master und Visa an gewissen Stellen ja auch mittlerweile gelingt, mit ihren Debitkarten ja, Top-of-Wallet bei den Banken zu sein, sprich, mit meiner eröffneten Girokonto bekomme ich einfach eine Mastercard oder eine Visa-Debitkarte gleich dazu. Und diese dann natürlich hinter Apple und Google Pay zu hinterlegen, ist natürlich von Hause aus sofort möglich. Ja, während das ein riesen Klimmzug ist, ja, die Girocard zu hinterlegen, ja, weil das ist ja jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Sparkassen anguckt, jetzt, weiß ich nicht, vor einer Woche oder vor zwei erst lanciert worden, dass das Thema jetzt auch endlich durch ist. Martin, ich denke, du möchtest was dazu sagen. Wichtig für die Zuhörerinnen, glaube ich, ist auch Top-of-Wallet, damit man das besser versteht. Top-of-Wallet bedeutet, in der App, die ich gewählt habe, als Payment-App, Payment-Wallet jetzt, auf meinem Mobiltelefon kann ich ja meistens mehrere Zahlungsmittel hinterlegen. Und wie du gesagt hast, Debitkarten, Kreditkarten, vielleicht manchmal auch eben Code-basierende oder optische Bezahlsysteme, wie man es nennt. Top-of-Wallet bedeutet, wenn ich mit dem ersten Klick oder Double-Klick oder Face-ID öffne und bezahle, ohne ein Payment-Scheme auszuwählen, welches ist das erste. Und das ist auch das Rennen des meistens dann mit den unterschiedlichsten Budgets und Mehrwert-Services eigentlich beackert und bearbeitet wird, wie wir gelernt haben. Das heißt, hier spielt meistens die Musik, wie komme ich im Aufzug nach ganz oben. Und das ist die Frage aller Fragen. Was für mich auch noch, danke mal Martin, was das Thema der Definitionen betrifft, haben wir glaube ich in den ersten fünf Minuten eh schon viele Begriffe gehabt, die für die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ganz spannend sind. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass der Björn aus der Welt, aus der er kommt, einfach viele Wörter, die er verwendet, sind einfach für ihn ganz klar, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so. Martin, super, also wenn du da auch reingrätschst, das wäre für mich noch zusätzlich eine Hilfe jetzt. Hätte aber hier in dem Kontext noch eine Frage, Björn, und zwar Kundenbindungsprogramme. Wir haben in Österreich die Situation, zumindest habe ich immer so wahrgenommen, wenn ich nach Deutschland gefahren bin, da waren immer Payback zum Beispiel, war fast in jedem Geschäft verfügbar. Da haben die Kunden ihre Kundenbindungsprogramme genutzt. Wenn wir in Österreich schauen, da wird der Martin hoffentlich mir dann auch zustimmen oder noch Beispiele bringen mit möglichen Anbietern. Aber in Deutschland ist das ja fast wie ein, wie sage ich immer, so ein Kundenbringer auch. Wenn ich so ein Kundenbindungsprogramm habe, dann kommen auch die Konsumenten zu mir. Wie ist das dann in dem Wallet und in dem Ökosystem bei Wallets zu betrachten, deiner Meinung nach? Das ist einer der wesentlichen Faktoren, der über Erfolg und Nicht-Erfolg der Wallets entscheiden wird. Das sieht man vor allen Dingen ganz klar daran, dass natürlich die Wallets als solche, wenn sie rein auf Payment-Methoden basiert sind, natürlich total beliebig austauschbar sind. Und der Kunde sucht natürlich nach Wegen, wie kann ich möglichst effizient bezahlen, wie kann ich einen, naja, ich habe jetzt wieder das Begriff User Journey im Kopf, aber ich würde gerne einen etwas sprechenden Begriff, der sucht nach Anwendungen, wo es für ihn halt relativ komfortabel ist, zu bezahlen, Punkte zu sammeln, alles in einem. Und das ist das, was wir natürlich momentan so im Markt noch nicht sehen, aber wo ich glaube, da muss die Reise einfach hingehen, dass der Kunde viel stärker abgeholt wird, was möchte er eigentlich haben. Und diese Integration, ja, also ich möchte jetzt nicht so ewig auf Payback rumreiten, aber man sieht natürlich bei Payback, dass ich bezahlen kann, Punkte sammeln kann, Coupons einlösen kann, alles in einem Klick. Das ist natürlich ein Checkout-Prozess für den Kunden, der ist wahnsinnig komfortabel. Ich muss nicht sieben Sachen in meinem Portemonnaie hervorkramen, ja, die Kassiererin scannt das, nee, warten Sie, das muss ich zum Anfang machen, das darf ich erst am Ende machen, das fällt alles weg. Das ist natürlich eine ganz neue Welt und diese Sachen, die werden mehr oder weniger später das Wallet-Game am Ende entscheiden. Ja, einer der Faktoren, aber wie ich heute auch schon gesagt habe, das fällt alles so ein bisschen für mich unter das Thema Value-Added-Services. Da gibt es natürlich neben der Kundenbindung noch viele weitere Aspekte, die da in Zukunft ausschlaggebend sein werden. Martin, wie würdest du das für den österreichischen Markt betrachten? Im Endeffekt genauso, weil die Bank stellt mir ja schon Payment-Services zur Verfügung am Mobiltelefon, sei es jetzt über die Player, die schon im Telefon eingebaut sind. Aber man sieht es vor allem auch bei den Neobanken und Fintechs, wie die in den Markt hineingehen. Die sind ja nicht gerade unschlau, die Leute, die dort arbeiten. Was haben die gewählt im Marktzugang, was sie mit ihrem Venture-Kapital machen? Mehrwert-Services. Sie investieren entweder in Cashback-Systeme, um Nutzern klarzumachen, wenn du bei mir bist und wenn du mich benutzt, dann wirst du dafür belohnt, dann kriegst du bei mir Mehrwerte, die du woanders nicht zur Verfügung hast. Das heißt, das ist auch das Thema, das exakt in Österreich gleich gespielt wird. Wo wir eine Unterscheidung sicherlich zum deutschen Markt haben, ist erstens mal die Anzahl der Kundenbindungsprogramme. In Österreich haben wir durchschnittlich einfach eine viel, viel höhere Anzahl an Club- und Mitgliedskarten im Portemonnaie als jetzt im deutschen Markt. Plus das Zweite ist, dass das Rabattesammeln wird mit einer höheren Frequenz gemacht im deutschen Markt. Die Thesen dahinter sind noch nicht abgeschlossen, aber die, die uns darlegen, ist erstens die Wege zum stationären Handel in Österreich sind deutlich kürzer und werden dadurch öfters gemacht. Das resultiert in mehr Kundenbindungsprogrammen mit niedrigeren Margen. Das heißt, der Österreicher fährt einfach automatisch oder geht öfters zum Supermarkt oder geht öfters in die Shops hinein, weil die Wege einfach kürzer sind. In Deutschland habe ich oft längere Wege, plane mehr und dadurch muss da auch mehr in den Topf reingegeben werden, um mich zu bewegen über diese größere Kilometeranzahl. Also zusammengefasst bedeutet, dass wir haben in beiden Ländern oder wahrscheinlich auch, ich sage mal in Europa, Björn, die Situation, dass diese Wallets einfach mit zusätzlichen Value-Added Services oder Zusatzleistungen versucht wird, an den Konsumenten zu bringen. Das könnten ja auch zum Beispiel IT, wie man heute gesagt hat, IT ist so ein Thema, aber auch dieses Thema, dass man versucht, den Konsumenten davon zu überzeugen, dass er in dem Wallet einfach noch zusätzliche Services beim Händler dementsprechend auch nutzen kann, oder? Also Stichwort Super-Apps, meinst du? Nein, das kommt erst später, Martin. Das hat Björn heute schon beantwortet. Das habe ich extra versucht, jetzt nicht zu sagen, aber wir kommen nachher noch kurz dazu. Nein, es ist ganz klar so, um da so ein bisschen das Thema versuchen, so ein bisschen abzurunden. Für den Kunden geht es natürlich darum, alles in der heutigen, immer digitaler werdenderen Welt, es wird immer alles vergleichbarer. Das heißt, das fängt an beim, wenn ich mir eine größere Anschaffung plane, kann ich die Produktpreise essentiell gut vergleichen, weil die Transparenz, die habe ich. Und dann gehe ich natürlich auch in den Shop, der mir ein gewisses, Martin, du hast es gerade, Cashback-Potenzial anbietet, sei es jetzt in Form von direkten Geld, sei es in Form von Punkten, sei es in Form von Rabatten für nachfolgende Käufe oder was auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und das ist so ein bisschen die eine Dimension, dass der Kunde natürlich in die Shops geht, wo er das bekommt. Dann ist vielleicht der Preis sogar auch ein bisschen fast egal, wenn er nicht komplett out of range liegt. Die andere Geschichte ist natürlich die, wenn ich in meinem Wallet gewisse Zahlarten habe und der Shop diese Zahlarten nicht anbietet, dann ist es natürlich auch mittlerweile, ich habe da vor kurzem, ich glaube ich, letzte Woche eine Studie gelesen von der Nex und Netz Group, die besagt, dass die 18- bis 28-Jährigen, das ist da bei 1000 befragten, 27% sagen, sie brechen deswegen den Kauf ab. Wenn die Piment-Methode nicht verfügbar ist, dann brechen die den Kauf ab. Das würde ich für mich jetzt so erstmal noch nicht gelten machen, weil so wichtig ist mir die Piment-Methode dann noch nicht, aber das scheint denen schon sehr, sehr wichtig zu sein. Ich denke auch, dass die Usability, also in dem Fall die Bedienung vom Konsumenten natürlich auch ganz wichtig ist in solchen Wallets. Also da gibt es ja auch diese Beispiele benutzerfreundlich. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist, oder? Gar keine Frage, ja. Also wenn man sich so ein bisschen den Checkout-Prozess anguckt, je widerstandsloser, also so formuliere ich das gerne, je widerstandsloser er für den Kunden ist und je mehr Funktionalitäten ich in einen Klick, das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber am Ende ist es tatsächlich so, je mehr Funktionalitäten ich da reinlegen kann, desto begeisternder lasse ich den Kunden zurück, weil der sieht dann alles, was mit dem quasi einherkommt. Martin, würdest du sagen, dass das die Komplexität aber für die Anbieter dann dementsprechend natürlich auch in die Höhe treibt? Wer sind die Anbieter? Die Anbieter von Wallets? Von Wallets, ja. Ja, auf der Planungsseite, organisatorisch ja. In der Umsetzungsseite hat sich Folgendes geändert in den letzten zehn Jahren. Man kann Produkte fertig vom Markt nehmen mit SDKs, mit APIs. Das heißt, Stand heute, wenn man schlaue Menschen nimmt, kann man ein Wallet wahrscheinlich innerhalb von ein bis drei Monaten von scratch einfach aufsetzen und aufstellen, dann ist das Produkt da. Das heißt, nein, die Komplexität aus meiner Sicht technisch ist nicht hoch. Wenn man natürlich in die Richtung One-Step-One-Click-Checkout denkt, also Verbindung jetzt von meiner Zahlungsmethode, Karte oder digital, mit dem Kundenbindungsprogramm vom Händler, da sprechen wir über zwei Produkte, die zwei unterschiedlichen Entitäten gehören. Zahlungsscheme gehört jemandem und das Kundenbindungsprogramm gehört dem Handelsunternehmen. Wenn man die zwei Dinge jetzt, und das wollen ja Wallet-Provider meistens machen, dass sie in ihrer Wallet verheiraten und sagen, lieber Roland, du brauchst nur einmal hinhalten und sammels Punkte, kriegst alle Vorteile, mit meinem Wallet geht es dir am besten. Das ist das Nutzerversprechen, wo wir darauf hinsteuern. Das ist komplex zu lösen. Hier braucht es erstens Budgets und vor allem die Zusammenarbeit zwischen Handel und Banken und vor allem einen riesen, riesen Mehrwert für Handelsunternehmen. Und das ist das Schwierigste in der Payment-Branche herauszuarbeiten. Das ist noch nicht gelöst. Aber spielt ja das Zahlungsmittel im Hintergrund dann auch eine wichtige Rolle, eurer Meinung nach? Absolut, absolut. Ja, weil das ist dann der Identifier mehr oder weniger, also die digitale Identität und auch die Methode, wie ich dann Geld überweisen kann. Aber die Frage ist dann auch vor allem Richtung Björn, wenn du jetzt aus deinen Rollen im Payback, Samsung und so weiter das ansiehst, wird die Reise in diesen One-Scan, One-Tap, wie auch immer Checkout gehen, wie wir es von anderen Regionen in der Welt kennen? Oder wie ist da deine Einschätzung? Ganz klar. Also ich sehe es ganz, ganz deutlich, dass es in Zukunft immer mehr auf Reduzierung zurückläuft, dass ich Komplexität versuchen muss zu minimieren, damit ich einfach dem Kunden ein gutes Erlebnis gebe. Weil wenn man so ein bisschen auch in der Zeit zurückdenkt, was habe ich dann gehabt? Da habe ich die Payment-Mittel am Point of Sale oder auch im Online-Checkout, die der Händler oder vielleicht sogar noch schlimmer, dessen Payment-Service-Provider angeboten hat, dann war do or die, die nimmst du jetzt, wenn du die nicht nehmen kannst, dann kannst du hier nichts kaufen. Mittlerweile ist es aber so, wie ich gesagt habe, vorhin diese 27%, die definieren das jetzt mit. Das heißt, der Händler macht sich schon nachhaltig Gedanken, habe ich den richtigen Payment-Mix? Habe ich die richtigen Mehrwerte? Und vielleicht, um da auf deine Aussage noch zurückzukommen, Martin, ich glaube, die Komplexität liegt nicht auf der Wallet-Seite, diese One-Click-Solutions zu lösen. Die liegt primär auch auf der Händler-Seite, weil der muss seine Backend-Systeme, wie du gesagt hast, die gehören zu unterschiedlichen Entitäten, der muss seine Backend-Systeme auch am Point of Sale und im Worst-Case sogar Real Life zur Verfügung stellen, damit ich Punkte, Coupon-Einlösung und so weiter und so fort alles in einem Klick haben kann. Und das ist eigentlich häufiger die größere Herausforderung, als auf der anderen Seite ein smartes Wallet zu bauen. Weil das habe ich im Vorfeld. Der Händler aber, wenn es dann vor allen Dingen in stationäre Geschäft geht, das ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Business. Da gibt es mittlerweile natürlich auch mit Softbox-Initiativen und so weiter, wo wir so ein bisschen die Abkehr vom Hardware-lastigen Business haben, natürlich auch neue Möglichkeiten, die sich da langsam auftun. Und hast du vom Interessantes noch, sorry Roland, eine Frage habe ich noch. Wenn man sich die digitalen Rechnungsbelege ansieht oder die Digitalisierung der Rechnungsbelege, das ist ja oft auch ein sehr beliebter, ich nenne es mal, Mehrwert-Service, den man in Wallets reinpackt. Siehst du das jetzt unter dem Aspekt auch von ESG oder Umweltschutzthemen? Ist ein Treiber hineingekommen jetzt in Europa oder in Deutschland konkret, dass du sagst, ja, jetzt geht es? Oder ist das ein Thema, das wir nicht sehen werden in den nächsten fünf Jahren? Es ist definitiv ein Thema, was kommen wird, ja. Ich habe da gerade schmutzeln müssen, als du das gesagt hast. Ich stand bei einem Bäcker mal etwas weiter hinten und konnte dem von hinten in den Tresen reinschauen. Und der hatte unter seinem Bon-Drucker, hatte er einen Riesenkasten, wo der Zettel automatisch reingelaufen ist. Da habe ich auch gedacht, was für ein genialer Ansatz. Also ja, das wird unter ESG-Aspekten total notwendig und wichtig sein. Aber ich finde auch hier wieder die Convenience für den Customer, sprich das ganze Thema Garantie, Garantieverlängerung. Das kann ich alles auf solche Services draufsetzen. Wenn ich das digitalisiere, also ich rede jetzt davon wirklich digitalisieren, nicht nur ein Foto machen oder so, sondern wirklich die Werte haben, ja, Warenwert, Einkaufsdatum und so weiter und so fort, dann kann ich halt Versicherungen dran knüpfen, dann kann ich Garantieverlängerungen dran knüpfen, whatsoever. Und das ist für mich auch wieder eine Basis, um in ein weiteres Level der, ich sage mal, Wallet-Wertschöpfung zu kommen. Ich muss jetzt vielleicht noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht SoftBoss, was du vorher gesagt hast, dass man vielleicht noch einmal kurz SoftBoss... Na warte, ich würde das dann eh gerne noch einmal, ich würde gerne das Point-of-Sale-Thema, das ihr beide gerade diskutiert habt, das finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes. Wir hatten ja früher immer, wir sagen in Österreich, Bank- und Marktkasse dazu, aber in Wirklichkeit war es ein Kreditkartenterminal, oder Kartenterminal, Entschuldigung, wo man Karten dementsprechend akzeptieren konnte. Wenn man heute schaut und gerade bei so Geschäften, die sehr, sehr viel mit der jungen Generation Geschäft machen, hat man ja sehr viele Möglichkeiten, was das Thema betrifft. Da gibt es ja schon das Click und Collect. Es gibt das Thema, dass du gar nicht mehr zur Kasse gehen musst, sondern du bekommst automatisch, du checkst ein, du wirst erkannt, du bekommst dann die Waren, legst im Warenkorb, weil du sie scannst und so weiter. Hat das eine Auswirkung auf die Wallets, Björn, deiner Meinung nach? Was die Verbreitung betrifft? Ganz klar, weil wenn wir das Bild jetzt mal überreißen, die Kulmination von dem, was du gerade aufgezeigt hast, ist ja Amazon Fresh. Nicht Amazon Fresh. Wie heißen sie? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Es gibt doch diese voll digitalisierten Verkaufs-Stores. Amazon Go? Amazon Go, ja. Da gehe ich ja nur noch rein, identifiziere mich am Eingang mit meinem Wallet, wer bin ich? Und in dem Moment, wo ich ins Regal greife und das in meinen Warenkorb tue oder in meinen Einkaufswagen, landet das ja quasi in meinem Amazon Basket. Und das ist natürlich die Vollendung dieser Journey, weil genau dazu bräuchte ich dann ja eigentlich nur noch das Wallet, weil das ist mein zentraler Kommunikationspunkt mit meinem Endkunden. Und wenn wir denken, dass das die Zukunft ist, ja, ich habe da in, ich sage mal, nicht allen Industrien das gleiche Bild vor Augen, ja, jetzt im Lebensmitteleinzelhandel, da brauche ich keine Beratung oder ähnliches, da kann das tatsächlich so sein, weil dann bekommt das Wallet eine richtig zentrale Funktionalität und dann bekommen natürlich auch solche Sachen wie irgendwelche Promotion-Playout-Ansätze, wo ich halt irgendwelche Coupons spielen kann, wo ich Black-Friday-Aktionen, jetzt gerade vor der Tür steht, haben kann und so weiter, bekommen die natürlich viel, viel mehr Relevanz, weil ich kann in Real-Time mit dem Kunden telefonieren, ach, nicht telefonieren, mit dem Kunden kommunizieren, kommunizieren, genau, in den Diskurs gehen. Martin, hast du da vielleicht, weil du in dem Zusammenhang ja auch sehr, sehr viel in dem Bereich auch tätig bist, hast du da noch zusätzlich eine österreichische, mit der Österreich-Brille noch zusätzliche Infos für uns, was das Thema betrifft, Point of Sale, welche Möglichkeiten es da gibt? Ich glaube, Österreich ist da vor allem im Hintergrund schon viel weiter, als man denkt. Also von außen betrachtet stehen wir meistens am Anfang und haben jetzt nicht die größten Systeme der Welt hier implementiert. Stimmt aber nicht ganz, wenn man die einzelnen Handelsmarkenketten besser kennt. Die haben sehr oft auch eigene Filialen, wo sie Dinge austesten. Wir haben Supermärkte mit Spezialprodukten, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. All diese Produkte, die kann ich jetzt nicht nennen, man kann sie recherchieren und selber dann Dinge finden. Aber hier gibt es aus meiner Sicht vor allem in Österreich unglaublich viel zu entdecken, was Otto Normalverbraucher oder auch die Industrie vor allem nicht weiß. Deine Frage, ja, unser Handel aus meiner Sicht, unsere Händler sind extrem gut aufgestellt, was Wissen betrifft, in diese Richtung gehend. Sind sie gut in der Exekutive? Bin ich mir nicht ganz sicher, weil aufgrund der Marktgröße haben wir einfach eine geringere Geschwindigkeit, dass Produkte in den Markt kommen, weil einfach bei uns die Hebel, die Margen und eben die Personenanzahl nicht so groß ist. Wenn man dann wieder ins ganz kleine Segment, also wirklich SMI-Einzelunternehmen geht, würde ich jetzt mal sagen, sind wir so wie jedes andere Land auch. Hier gibt es smarte Köpfe, hier gibt es Köpfe, die halt sich auf etwas anderes konzentrieren als den Checkout. Und würde ich mal sagen, super schönes Land, kann man Werbung dafür machen, aber da sieht es aus wie überall auf dem Land. Ja, aber was man ja schon ehrlicherweise sagen muss, ist jetzt vor allen Dingen im stationären Business, wenn man da vor allen Dingen auf die Kollegen von Shopprim guckt. Da hat Österreich ja vor allen Dingen auch im europäischen Benchmark schon eine Lösung im Portfolio, die sehe ich jetzt so im deutschen Markt nicht. Ja, also Shopprim, wer sie vielleicht nicht kennt, die machen Scan-and-Go-Solutions. Ich glaube, die sind bei euch mit Billa gestartet in Österreich. Ja, haben jetzt auch diverse Cases in Deutschland besetzt, bei Rewe, bei DM. Und da kommt, glaube ich, schon eine gute stationäre Lösung, wo ich wirklich die Produkte eins zu eins mit dem Telefon scannen kann, ja, und dann einfach auch ein Checkout habe, ohne beim Kassierer vorbeizumüssen. Da kommt schon eine stationäre gute Lösung, wo ich sage, die ist schon marktführend in meiner Welt gerade. Dann fallen mir noch zwei Dinge ein. Beispiel, die EO&Go natürlich bei Rewe implementiert, also ein Payment-Scheme kombiniert jetzt mit Mehrwert-Services, also ähnlich wie du Payback erwähnt hast. Wir haben in Deutschland die Kollegen von Lidl, die gibt es in Österreich noch nicht, also die das jetzt aus Händlersicht unter Anführungszeichen fertig gedacht und umgesetzt haben, dass ich als Händler eben auch das Zahlungsmittel anbiete und dann auch digitale Rechnungsbelege. Auch das wird wahrscheinlich in Österreich kommen, nehme ich mal an. Dann haben wir digitale Belege bei einem Hofer-Aldi-Konzern, Aldi Süd, enorm gut umgesetzt und spannend und hier ist ja oft auch die Innovationsschiene aus Österreich heraus in andere Länder, also was den Hofer-Konzern betrifft. Und dann kann ich dann auch wirklich eine Reihe mehrerer Unternehmen aufzählen, aber da hört es dann auch auf was. Wir haben jetzt aber auch schon festgestellt, es ist eigentlich in allen Branchen, allen Industries in der Zwischenzeit, sind das wirklich auch Möglichkeiten, wie Konsumenten bezahlen können. Jetzt gibt es ja auch in Payment immer wieder diese Diskussion zwischen Kleinstbeträgen, die unter 10 Euro sind und Beträge, die über 10 Euro sind. Ist das in irgendeiner Form bei den Wallets ein Thema? Ist das eine Einschränkung vielleicht? Also gehen Wallets in Micro-Payments nicht? Oder ist das für die Wallets eigentlich vollkommen egal, weil es eben mit dem Zahlungsmittel zusammenhängt? So wie alle Fragen, es hängt wieder davon ab, weil ich finde, am Ende ist es der Anwendungsfall, der hier eine Rolle spielt, weil wenn ich zum Beispiel so über Paywalls in der Zeitschrift zum Beispiel oder so, wenn ich ein Magazin lese und ich möchte einen gewissen Artikel lesen, da möchte ich keine große Interaktion mit einer Wallet und so weiter haben. Das muss halt seamless gehen. Wenn das Wallet dort sauber integriert ist und ich diese kleine Micro-Payments halt in einem vernünftigen Anwendungsfall dort prozessieren kann, dann ist es für mich unerheblich, ob das ein Wallet ist oder ob das eine andere Zahlart ist. Ich würde da grundsätzlich keinen großen Unterschied machen, weil für mich käme es da primär auf die Customer Journey an. Wenn die intakt ist, wenn die möglichst widerstandslos ist, dann funktioniert das auch mit einer Wallet-Solution. Bei den Medien hast du ja oft wirklich grobe Schnitzer, die man sieht, also im Sinne von Fehler, die eingebaut sind aus unserer Sicht oder jetzt persönlich aus meiner Sicht. Man sieht den Artikel, man will Content lesen, konsumieren. A, wird dann meistens ein Preis aufgerufen, der nicht legitim ist jetzt für die Situation, in der ich mich gerade befinde. Also es wäre wie, wenn Sie mich auf der Autobahn fragen, willst du einen Kredit für ein Haus abschließen? Nee, falsche Situation. Ich bin mit etwas anderem beschäftigt. Genauso hier, ich will einen Artikel lesen. Ich will nicht jetzt das Jahresabonnement der teuersten Zeitung der Welt irgendwie jetzt gerade abschließen. Das heißt, hier sind einfach teilweise Dinge verkehrt eingesetzt worden. Und das Zweite ist, was mich heute noch wundert, ich habe noch keine Zeitschrift der Welt gefunden, die von links nach rechts einfach swipen lässt und dann kann ich bezahlen, so wie es eigentlich bei vielen anderen Swipes ist, sondern alles an einem Button in der Mitte. Dann komme ich auf eine Registration-Page und die linkt mich dann zu einer Checkout-Page, die wieder woanders linkt und dann wundern sich die Menschen, dass irgendwie Content nicht bezahlt wird am zumindest Smartphone und das wäre sehr einfach. Und ich denke auch, das war auch die Frage für mich jetzt in dem Zusammenhang, was die Wallets betrifft, weil wenn man hier einen Business Case hätte, und der liegt ja auf der Hand. In der Hand liegt er sogar dieses Mal. Genau, und das wäre ja total spannend. Also wenn es für die Zuhörer und Zuhörerinnen bereits eine Lösung gibt, bitte mir per Mail zukommen lassen. Das würde uns total interessieren und würden auch gerne dann einen Podcast darüber gerne machen. Ich komme jetzt noch einmal zurück zu den Themen der Zahlungsmittel, aber auch der Banken im Hintergrund. das Regulativ, wie würdest du das grundsätzlich sehen? Ist das lokal oder ist das international geregelt? Gerade in diesem Bereich. Da sind wir ja so ein bisschen in der Diskussion, wo ich gerade bei dir anknüpfen wollte, weil das Micropayment, das hat für mich noch einen wesentlichen Aspekt, weil es kommt ja ganz klar darauf an, was ist die zugrunde liegende Infrastruktur, die unter einem Wallet liegt. Ist es ein ganz normales Account-to-Account-Payment? Nutze ich die Visa, Mastercard-Rails, etc. Weil natürlich, wenn ich solch, sag ich mal, hochperformanten Rails, wie die von den Kollegen aus Amerika nutze, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Gebührenstruktur, dann lohnt sich mein Micropayment in Summe nachher nicht mehr. Deswegen muss ich bei Micropayments immer noch den Abstrich machen. Ich muss halt schon im Wallet schauen, welche Payment-Methode liegt dahinter, beziehungsweise welche Rails werden genutzt, weil sonst ist das Ganze nicht wirtschaftlich darstellbar. Und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen deine nächste Frage an bezüglich der Regulation, weil das hängt natürlich auch davon ab, was habe ich für eine zugrunde liegende Infrastruktur unter meinen Mobile Wallets. Wenn ich mir das ganze Thema jetzt, keine Ahnung, ich kann mal auf den deutschen Markt zum Beispiel schauen, du hast vorhin Lidl genannt, ich habe Payback genannt, das basiert ganz normal auf SEPA-Mandaten. Das ist rein regulatorisch, das ist ein Low-Brainer. Das ist ganz normales Standard-Business, da gibt es ein paar Herausforderungen mit der Digitalisierung und welche Dokumente muss ich jetzt im Original haben und so weiter, aber da gibt es mittlerweile auch Lösungen. Das ist relativ einfach, wenn ich natürlich jetzt so ein bisschen in das ganze Thema Visa-Mastercard-Rails, sprich ich möchte meine Kreditkarten oder Debitkarten-Credentials dieser Brands einfach hinter meinen Wallet hinterlegen, dann wird es natürlich schon ein bisschen komplexer, weil die entsprechenden Issue, die diese Karten herausgegeben haben, die müssen natürlich an das jeweilige Wallet entsprechend angeschlossen sein, sodass die Transaktionen nachher auch überhaupt prozessiert werden. Dann habe ich natürlich schon einen etwas höheren Aufwand und wenn wir noch ein bisschen weiter blicken, dann können wir natürlich jetzt auf die ganzen Ansätze, die die EU gerade fährt in Bezug auf SEPA-Request-to-Pay, in Bezug auf Open Banking, in Bezug auf den digitalen Euro, da gibt es ja ganz, ganz viele neue Initiativen, die auf der einen Seite natürlich Reduktion der Komplexität versprechen, weil dadurch werden Finanzintermediäre rausgenommen. Das hat dann natürlich auch wieder ein bisschen Impact auf die reine Regulatorik, aber da natürlich alles noch nicht ganz zu Ende ausgestaltet ist, ist das jetzt schwer abschließend zu beurteilen. Denn grundsätzlich würde ich halt sagen, es hängt davon ab, welche Rails du unten drunter verwendest. Martin, wie würdest du das sehen? Da möchte ich gar nichts dazufügen, weil das ist relativ schön zusammengefasst. Ich finde auch Björns Kernkompetenz hier. Okay. Jetzt hätte ich doch noch, wir haben heute beim Lunch eine Business Case diskutiert, ich würde den gerne näher bringen und du sagst mir dann, ob das ein Business Case der Zukunft ist und der Martin wird jetzt hoffentlich nichts dazu sagen, weil er weiß ja schon, ich kenne ja auch seine Antwort, weil er kennt meine Antwort und die von den anderen. Ein Kühlschrank in der Küche, der hat ja auch, der ist ja auch von Anbietern in dem Zusammenhang, die in dem Bereich Payment ja auch in der Zukunft und jetzt schon relativ viel versuchen zu forschen, zu entwickeln, aber auch umzusetzen. Kannst du dir vorstellen, dass ein Kühlschrank der Zukunft, wenn ich einen QR-Code-Leser habe, wenn ich die Produkte hineingebe, dass die Produkte gelesen werden, dass ich dann drinnen die Möglichkeit habe, automatisiert, wenn die Produkte zum Beispiel, wenn sie nicht mehr im Kühlschrank sind, weil ich sie rausgenommen habe, wieder beim QR-Code gescannt habe oder wenn der Kühlschrank im Hintergrund mit künstlicher Intelligenz herausfinden würde, dass ich monatlich zwei Liter Milch brauche, dass das automatisch dann geliefert wird, ist das ein Business Case der Zukunft und könnte man das nicht relativ schön mit Wallets abdecken? Ja, ich glaube, das ist definitiv ein Case, der kommen kann. Also ich mache mir jetzt gerade, ich klammere mal das ganze Thema Delivery Infrastruktur. Okay, ja klar. Weil das würde den Case unheimlich erschweren, aber natürlich zu sagen, ich habe eine AI-gestützte oder einen intelligenten Kühlschrank, why not? Ich meine, das ist von der Infrastruktur her heute durchaus möglich. Ja, wir haben die entsprechenden standardisierten Barcodes auf den Produkten drauf. Es gibt die entsprechenden Datenbanken der GS1 und so weiter. Ja, da ist alles verfügbar, da ist alles da. Also rein technisch gesehen wäre das für mich etwas, was relativ schnell, relativ kurzfristig umsetzbar ist. Ja, das Einzige, was man sich angucken müsste, ist halt, wie gestaltet sich die Delivery Chain und natürlich kann ich das Wallet auch als eines der zentralen steuernden Elemente wieder nehmen, weil auch hier die Synchronisation vom Kühlschrank in das Wallet, ja, weil das ist ja nach wie vor mein Customer Interface, wäre für mich ja auch irgendwie etwas, was sehr leicht darstellbar wäre. Also von daher, du seht da durchaus den Case und wenn du mich so fragst, wäre eigentlich die Frage, warum haben wir das noch nicht? Es gibt niemanden, der sich den Hut aufsetzt sozusagen. Man müsste ja irgendjemanden finden, also im Sinne von irgendeiner Company muss sagen, da ist noch ein Business Case dahinter, weil ich glaube, dass die Einzelteile in dieser User Journey mit dem Kühlschrank einfach von den Margen her so abgedeckt sind, dass du jemanden finden musst, der hier noch eine Lücke findet und sagt, okay, wenn ich das jetzt mache mit meinem Umbrella, mit meinem Wallet und binde da Kühlschrank, Logistik und Co. an, wahrscheinlich, ich tippe mal drauf, wenn eine Einkaufslisten-App richtig gut Venture Money raised und das mal macht. Das könnte funktionieren, weil die denken, out of the box, die haben bereits die AI, was ich kaufen will, das weiß ich, also da gibt es richtig smarte und coole Unternehmen und Jungs und Mädels und da aus der Brille kommen sich dann einmal mit Siemens, Samsung und Co. Ich habe jetzt zwei mit S genannt, es gibt viele Kühlschrankhersteller, aber hier kannst du mal über Kühlschrank, über Wallet drüber gehen und wahrscheinlich, wenn du das mit einer Brand mal durchdenkst, bist du relativ zackig durch, weil die haben die Intelligenz nämlich schon drinnen und dürfen diese Daten auch schon benutzen, weil der User gesagt hat, oh, ich vertraue euch, euch sage ich was, ich als nächstes kaufe und immer die Unternehmen, die in der Position sind zu wissen, was der User als nächstes macht, sind aus meiner Sicht die, die dann die nächste Veränderung in Geschäftsmodellen zustande bringen. Genau. Und darum würde ich mal auf Sie wetten. Wir haben ja ganz am Anfang, wir haben ja gesprochen über die Möglichkeiten oder die Wallet-Anbieter und da war ja zum Beispiel Apple und Google Pay immer ganz, ganz vorne. Und ich denke, bei den Hardware-Herstellern gibt es aus meiner Sicht dann noch viele Möglichkeiten, wie sie sich beim Konsumenten positionieren könnten. Also wir haben heute auch beim Lunch drüber gesprochen, es gibt ja verschiedenste Hardware-Hersteller, um jetzt nicht noch mehr alle Namen aufzuzählen, es gibt ja verschiedenste Business Cases. Aber mir ist es auch deshalb aufgefallen, weil du in deiner Präsentation natürlich auch das Thema gehabt hast, also Zutritt, also digitale Zutrittschlüssel, äh Schlüssel, Entschuldigung, das Banking, ganz klar, dann hast du noch gehabt dieses Thema, das mit dem Bezahlen, und das war für mich so diese entscheidende, wo mir dieses Beispiel dann gekommen ist. Also andere wahrscheinlich würden jetzt auf Autos kommen, Martin lacht schon wieder, weil das hatten wir auch kurzfristig, das war das Thema mit Autofahren, welche möglichen, also da gibt es ja diesen alten Spruch, ich weiß nicht, du wirst ihn wahrscheinlich kennen und der Martin auch, was ist das größte Smartphone? Ja, damals war es ein Audi Q7, glaube ich, oder so, hat man immer wieder klar und diskutiert, hat man aber dann nie weitergedacht, aus meines Wissens, weil man gesagt hat, das hat jetzt zum Beispiel beim Tanken, das wollen die Tankstellen nicht, weil damals war es ja noch so, dass die gesagt haben, da darf man nicht telefonieren und so weiter. Aber ich denke, dass sich hier bei den Konsumenten was verändert hat, vielleicht durch Corona, aber auch vielleicht, dass die Generation, oder vielleicht eine gute Frage an dich jetzt, glaubst du, dass Corona zum einen, dass die Kunden dieses nicht immer vor Ort sofort hingehen, sondern vielleicht einmal vorab die Recherche zu machen und dann gegebenenfalls nach Hause zu liefern, dass das was bewirkt hat bei den Konsumenten und natürlich auch die Devices wie das iPhone oder das Samsung-Telefon oder das Huawei-Telefon, hat das was verändert im Kundenverhalten, Konsumentenverhalten? Die Corona-Krise, ganz klar. Also ich meine, das belegen ja diverse Statistiken, dass man das auch nachvollziehen kann, dass es da einen ganz klaren Shift im Mindset gibt und wenn man ja auch heutzutage, ich kann ja jetzt vor allen Dingen von den deutschen Innenstädten reden, wo es einfach mittlerweile für die Händler dort sehr, sehr schwierig geworden ist und deswegen ist die ganze Kommunikation viel interaktiver geworden, weil es passiert einfach auf Basis dieser Wallets, dass ich viel stärker, viel schneller, viel interaktiver mit dem Kunden kommunizieren kann, weil der muss nicht jedes Mal in meinen Laden kommen. Ich kann das ganz ortsunabhängig voneinander lösen und das sieht man natürlich, da hat Corona definitiv den Brandbeschleuniger gespielt, um diese Entwicklung weiter zu forcieren. Martin? Da kommt ein Aspekt noch dazu, der hat nichts mit Technik zu tun und zwar auf unserer Seite, was ich beobachtet habe, in den letzten, die Zahlen werde ich nochmal checken nachher, sonst in die Shownotes packen, aber ich tippe mal acht oder zwölf Monate, sind die Papier-, Produktions- und Logistikpreise für den Versand von zum Beispiel Kundenkarten, Coupons etc. um 270%, also 270% gestiegen. Dann haben wir letztes Jahr gesehen, die Einstellung des IKEA-Katalogs nach 70 Jahren, 7-0. diesen Katalog, also gerade, dass nicht Leute, die ihn halb angebetet haben, bevor er rausgekommen ist. Dann haben wir Unternehmensgruppen wie eine Obi-Gruppe, die kommuniziert hat und umgesetzt hat, dass sie jegliches Printprodukt im Bereich Flugblatt einstellt und jetzt stelle ich mir die Frage, und was kommt jetzt her? Diese Unternehmen werden ja nicht aufhören zu kommunizieren und hier kam ganz klar dann auch von der Handelsseite bei P19 die Frage, ja was sind denn jetzt die relevanten? Es gibt zigtausende Kanäle, aber was sind die relevanten Kanäle? Und hier kamen sie dann auf den Bereich Zahlungsverkehr, Payment und Wallets und hier gibt es dann eben die Strukturierung, gehe ich dann eben zu den einzelnen Banken, die die Kundenbeziehung halten, gehe ich zu den einzelnen OEM-Playern, also Samsung, Google, Apple oder halt Telefonhersteller oder Softwarehersteller und hier haben sie dann auch geändert, weil das zweite Element in Österreich, um es abzuschließen war, also nicht in Österreich, sondern generell, es gibt sehr viele Staaten in der EU bereits, um in Europa zu bleiben, die Ausweise digitalisieren, bedeutet, ich werde nicht meinen Laptop oder Standrechner mitnehmen, sondern hauptsächlich ihn auf meinem Mobiltelefon finden und damit hat man einfach die Frequenz, wie oft ein Produkt, wie ein Wallet benutzt wird, glaube ich, in Zukunft einfach um ein zig bis zu hundertfach als im Jahr erhöht. Das heißt, wenn ich Ausweise drinnen habe, wenn ich den Handel mir ansehe in den letzten Monaten und auch Corona geschuldet und vor allem die Offline-Thematik. Also schaut euch einmal die Werbebudgets an, was es kostet, Offline-Kundenbindung zu machen heute und vor zwölf Monaten und vor 24 Monaten und dann den Preisvergleich machen im Digitalgewerbe. Wenn man sich anschaut, Twitter und Co., ich glaube, die Preise gehen derzeit eher nach unten als nach oben, dann ist, glaube ich, der Shift klar, wo zumindest die B2B-Reise hingehen wird und die Konsumenten gehen meistens dorthin, wo ich die Angebote und Produkte finde, sprich in ein Wallet, ein Smartphone. Aber das ist ja auch zum Beispiel, um deine Aufzählung so ein bisschen fortzuführen, ich kann aus Deutschland die REWE ergänzen, die haben auch jegliche Print-Prospekte eingestellt und um diese Journey so ein bisschen abzuschließen, die Frage ist ja, wo gehen diese WKZs am Ende des Tages hin? Weil die werden nicht nicht eingesetzt, weil die FMCGs werden sie weiter in den Markt bringen und das heißt, die Retailer sind daran gebunden, dass sie die auch entsprechend natürlich promoten werden. Nur eins ist klar, sie werden nicht 20 Wallets unterstützen. Ja, ich kriege da immer so ein bisschen Feedback aus dem Markt, ja, jeder möchte dann mit dem Retailer und dem Retailer die Integration machen. Ich glaube, nach der siebten Integration wird der Retailer sagen, Leute, das muss irgendwie anders gehen. Ja, also ich glaube, da kannst du vielleicht von Mobile Pocket Seite ein bisschen mehr sagen, Martin. Ja, da sehen wir auf jeden Fall genau den Effekt, dass du sagst, du hast Aggregatoren, ähnlich wie unsere, aber auch viele andere Markt und die braucht es halt einfach, um etwas zu standardisieren. Ähnlich wie im Zahlungsverkehr, ich kann ja nicht jedes Zahlungsmittel einzeln mir ansehen als kleines Handelsunternehmen. Ich brauche jemanden, der das für mich kanalisiert und somit ja. Aber vielleicht die ganzen WKZs, die gehen sicherlich in Podcasts, glaube ich. Aber die WKZ, müssen wir kurz erklären, was das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Entschuldigung, Martin, der WKZ. Gerne, Björn, du kommst vom Payback. Das sind die Werbekostenzuschüsse, die der jeweilige Retailer vom Hersteller des originären Produktes erhält, um einfach seine Produkte entsprechend zu platzieren, zu positionieren. Das kann über ganz normale Aufsteller im Laden anfangen, wo entsprechende Spendings entstehen oder natürlich eben Prospekt- oder plakatgetriebene Werbungen, wo dann eben halt auf das neue Produkt XY vom Hersteller ABC im neuen EDK oder wo auch immer hingewiesen wird. Jetzt muss ich leider ein bisschen auf die Zeit schauen, würde aber trotzdem noch gerne eine Frage an euch beide stellen und dann das Payment-Quiz machen mit dem Björn. Eine Frage noch an beide. Seht ihr einen Unterschied beim Konsumentenverhalten zwischen Personen, die in der Stadt wohnen und Personen, die am Land wohnen? In dem Kontext, wie ihr es jetzt beschrieben habt? Weil gerade diese Kataloge kenne ich von zu Hause, wenn man am Land lebt, ja sehr, sehr immer noch, das ist ein bisschen so die Historie, die hat man zu Weihnachten gelesen, wenn man zu Hause war in den Feiertagen und hat so Universalversand und so weiter, hat man gelesen, wie auch Ikea-Katalog. Das würde ja dann gerade bei diesen Personen, die ja nicht jetzt in der Nähe von solchen großen Geschäften sind, das fällt ja weg, wenn ich euch beiden jetzt richtigerweise folge. Ich mache es kurz und du hast sicher eine detailliertere Antwort, aber in meiner Brille, in unserer Blase, sage ich jetzt mal, da sieht man eindeutig ein Unterschied zwischen Stadt, Land und auch jetzt altersgetrieben, wie der Einsatz ist. Also ich kann sagen, jüngere Zielgruppen oder jüngere Konsumentinnen tendenziell nutzen keine klassischen Kundenbindungsprogramme so stark, als wie im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, und ins hohe Alter hinaus. Das ist mal die erste Tendenz, die wir digital sehen. Das heißt, du musst eigentlich die nachwachsende Zielgruppe anders abholen über das Thema Wall-Leute beispielsweise oder über andere Systeme. Und der zweite Effekt ist, ja, je nach Region gibt es wirklich massive Unterschiede, mit welchen Brands interagiere ich jetzt, wenn ich mir wirklich klassisch die Club- und Mitgliedskarten und Kundenbindungsprogramme anschaue und Added Value Services über Payment weiß Björn mehr Bescheid. Also grundsätzlich würde ich mich dem komplett anschließen, weil wenn du es dir anschaust, in der Stadt hast du einfach mehr tägliche Berührungspunkte mit diesen ganzen neuen Ansätzen, mit diesen ganzen Interaktionen, da glaube ich, liegt es auf der Hand, dass es dann einfach auf dem Land auch nicht so in der Art und Weise verbreitet sein kann. Ja, aber was man natürlich vor allen Dingen in Deutschland sieht, ist, es gibt eine gewisse Grundsatzpenetration, die die Bevölkerung auch auf dem Land erfährt. Ja, weil ich kann da so ein bisschen Beispiel aus meiner eigenen Familie bringen. Ich hoffe, mein Vater sieht es mir nach. Aber als der mir dann erzählt hat, er ist fleißiger Lidl-Plus-User, wo ich gedacht habe, okay, Online-Banking recht spät entdeckt, aber dann auf einmal Lidl-Plus-User, da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie ein Gap, aber da gibt es dann auch irgendwie Ausreißer, aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass das eine gewisse Art und Weise der Heranführung ist, wo man eben halt bei seinem Standardsupermarkt dann durch entsprechend langlebige und intensive Bespielung auch mit diesen Inhalten, die man halt in der Stadt in einer wesentlich höheren Frequenz bekommt, dann auch auf dem Dorf oder auf dem Land dann irgendwann mal dort den Anschluss findet und diese Sachen auch anfängt zu nutzen. Okay, ja man sieht, wir hätten da noch viele Themen, die wir besprechen können. Ich hoffe, wir haben noch einmal die Möglichkeit, einen Podcast gemeinsam aufzunehmen, um hier einfach die weiteren Themen, die für mich jetzt noch offen sind, zu besprechen. Ich würde jetzt sagen, wir beenden das, indem wir das Payment-Quiz machen. Vielleicht, Björn, für dich noch einmal zur Erklärung, das Payment-Quiz ist, ich sage einen Satz an eine Frage und du versuchst mit wenigen Worten diese zu beantworten. Ich hoffe, dass wir mit wenigen Worten das machen können, wenn du das trotzdem aber sagst, diese Frage ist für dich einfach so elementar, dann kannst du auch gerne mehr darüber sprechen. Berührt ihn emotional vielleicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, weil er hat ja wirklich die DNA-Payment in sich. Welche Trends siehst du in der Zukunft im Payment? Mobile Wallet sehe ich, kundengetriebene Anwendungsfälle sehe ich und dass vor allen Dingen der Kunde einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie das Ganze abläuft. Wie würdest du die heutige Payment-Mobile-Landschaft beurteilen und wo ist der Unterschied zu früher? Sie ist schneller geworden. Gibt es einen Unterschied zwischen international und lokal im Payment-Mobile betreffend Markttransaktionen, Volumen und Entwicklung und Firmen? Es gibt einen großen, so wie wir es gerade diskutiert haben, zwischen Stadt und Land ist einfach ein Gefälle und dann hängt das für mich noch ein bisschen mit der digitalen Adoption ab. Habe ich ein Land, was sehr digital Affines oder nicht oder eine Region? Welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für den internationalen Markt? Leider Apple und Google Pay. Welches Zahlungsmittel wird es in der Zukunft sein? Ich hoffe, der digitale Euro. Also da alleine würde ich gerne einen Podcast drüber machen. Kann eine Firma heute hier, heute und hier eigentlich nur vom Payment spezialisiert erfolgreich sein, deiner Meinung nach? Es ging, es wird in Zukunft wahnsinnig schwer werden und ich glaube, es wird ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr möglich sein, weil Payment wird Commodity. Welche Person würdest du als besonders interessant im Payment-Bereich benennen? Da muss ich drüber nachdenken. Okay, also das wäre super. Bitte Martin. Ich wollte mich nicht fragen. Elon Musk vielleicht bald. Okay, auch darüber könnte man Podcast machen. Ich wollte Björn nur Bedenkzeit verschaffen. Bitteschön Björn, vielleicht ist dir mehr eingefallen. Leider habe ich deine zuvorlaufenden Podcasts gehört, ja. Von daher bin ich da ein bisschen beeinflusst, ja. Aber am Ende läuft es leider auch wieder auf die Collins-Brüder hinaus, die beiden Schotten oder ich weiß gar nicht, ihren, die Stripe gegründet haben. Das ist schon eine Erfolgsstory, die sucht im Payment-Space ihresgleichen, ja. Und wenn wir dann so ein bisschen jetzt auch auf die Geschichte von Clana schauen und so weiter, ja, da jubelt man die Leute ja auch hoch über Elon Musk, mag ich ehrlich gesagt gar nicht reden, ja. Den halte ich da auch nicht für so prägend mit. Und substanziell geschaffen, da sind die beiden schon recht weit vorne dabei, einfach auch dieses Thema komplett neu zu denken, ja. Sie haben es nicht aus der Endkunden-Sicht gedacht, sie haben es aus der Entwicklung-Sicht gedacht und das war damals für die Zeit bahnbrechend. Welche Person würdest du für den Podcast als besonders interessant erachten, dass wir gemeinsam einen Podcast machen? Ich finde die Kollegen von Payment & Banking aus Deutschland einfach, weil ihr bespielt beide das gleiche Publikum. Ich glaube, das wäre einfach mal interessant, so ein bisschen eure Erfahrungswerte da so abzumatchen. Das ist so ein, ja, ich würde es mal sagen, Duell auf Meta-Ebene. Ne, ich hoffe, der André hat das nicht gehört. So, also ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für den Podcast, für diese Inputs, die ihr uns gegeben habt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, bitte Fragen per E-Mail an uns zukommen, also uns zukommen zu lassen. Wir werden dann versuchen, im nächsten Podcast diese zu beantworten oder wenn es Fragen sind, die Björn betreffen, würden wir sie dann weiterleiten an Björn. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag. Danke. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss.